ok können wir jetzt ein bisschen mehr kunden ich hoffe natürlich dass wir noch irgendwie wirklich wieder die vergangenheit reißen können um das alles zu verändern die zeit das kann man doch irgendwie nicht mehr wirklich richtig verändern ich frage mich was dann noch passiert eine freundin hat gesagt mein fuck da bin ich mal gespannt ich kann auch believe you fell asleep so fast how dare you I know you were beat down after the day with me and Blade Runner is a pretty dreamy movie to watch at night do you do you think Deckard is a replicant sorry I can see you're not wide awake like me no I'm sorry I crashed so hard were you okay I do have a mother and father when you're not falling asleep on me you are a bitch in the morning it's the company I keep yesterday was such a blast it was great seeing you I know things were different we were just dorky kids but being with you made me feel like when we were little pirates jumping and running through the forests again it meant a lot to me just to chill out with you and bullshit fuck I'm getting my regular head pains can you pretty please go upstairs and get my my morphine injector in the bathroom morphine injector it's it's total star trek you can even see the needle seriously I need it my parents keep this wide upstairs because they think I can get to it but you can't max like a pirate right I'm on it Chloe Moment mal Morphium Sollten wir nicht ihren Eltern lieber Bescheid sagen Denn ähm Hinterher Darfst du das nicht haben Einfach so Ah das Zimmer sieht doch komplett anders aus Das ist das gleiche Zimmer Ungelogen Das gleiche Zimmer oder Nee die wohnt woanders Die wohnt unten stimmt Moment mal Das war die Garage? WTF? WTF? Ja Ria Was steht da? Max? Ria 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 das müsst ihr dann mal kurz selbst lesen nächsten und max ein also wir sind jetzt sozusagen mit dort befreundet mit dem er gar nicht befreundet sein wollen also ich lese mir das natürlich auch noch alles durch das alles steht ich mache auch nicht zu schnell damit man gut lesen kann what the fuck ihr wisst ja die alte chloe sagte no emoticons und jetzt macht sie selbst emoticons strange das ist halt nicht mehr unsere chloe ist auf jeden fall ordentlicher aus somewhere hier oh man the swing is gone now it must have been sad for chloe when william tote vögel das ist nicht gut ist klar dass das auch hier passiert wir haben ja nur eine sache verändert they gave chloe their giant expensive hg tv and they use her shitty tube television we müssen hier gleich hoch choice is a food coupon boss jesus god damn the pills never end somewhere hier no change to spare anymore cookies now it's back to cookies yay yay damn this is just for chloe's basic supplies oh 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 kann ich mit chloe unten testen wir's mal los über paris bestimmt wir haben ja noch nicht mal mit drinnen geredet so ellieporin dieses das Ich bin so sehr dankbar. Ich bin so dankbar. Ich bin so dankbar. Ich bin so dankbar. Ich kann nur aus hier raus. Ich werde mich so dankbar in der Zeit in der Angst. Das ist cool. Aber ich bin so dankbar. Ich kann das Meer sehen. Ich habe Eltern, die mich lieben. Und mein bestes Freund ist hier mit mir heute. Genau. Genau. Also, was hast du noch? Na gut, ein Sechster Monk. Das wäre schön. Oh, schau mal. Ich habe Maxine Blush. Also, hast du jemanden in Blackwell? Nicht wirklich, nein. Es gibt ein paar lustige Mädchen da, aber du kennst mich. Ich bin so dankbar. Das ist dumm, weil du so dankbar bist. Du hast einen Mann auf dich. Ich sollte mit diesem Mann nennen Warren gehen. Aber ich glaube, er ist nicht mehr into mich. Seine Lauf. Du musst weitergehen, Frau. Plenty of Fisch in der Bay. Shit. Ich klingt wie mein Vater. Dann merkt man doch, dass die was für den empfindet. Ich bin so dankbar. Wie ist William? Wie ist William? Wie ist William? Wie magst du ihn mit dir? Natürlich. Er ist mein Heroin. Ich versuche, er würde alles für mich oder meine Mutter machen. Ich wünsche, dass ich etwas für ihn machen könnte. Du hast. Du bist hier mit deiner Familie. Sie sind hier für mich. Aber so bist du. Also, es ist alles gut. Das muss sein, dass ihr morphe Maschine ist. Keine Bons mehr für sie. Also, das ist so schlimm. Sie müssen ihre eigene Hausfrau verabschieden, wegen der Medikationen. Das tut. Hey, William. Ich beschäftige dich? Ja, Max. Ich liebe die Medikationen. Blödes. Wie kannst du mich beschäftigen? Ich habe mich nicht gesehen. Ich habe dich in lange Zeit gesehen. Ich weiß. Du siehst genau das gleiche. Es ist so cool. Gut. Oder ich würde Angst haben, wenn ich nicht so wie ich. Natürlich, du bist jetzt eher adult. Also, was ist in deinem Kopf? Ich weiß nicht, wie ich das sage, aber... Ich bin wirklich sorry, was mit Chloe passiert. Ich bin auch. Es dauert ein paar Minuten, um eine ganze Frau zu verändern. Aber sie ist жив. Sie ist ein Trooper. Sie ist fantastisch. Ich bin so glücklich, dass du hierher helfen kannst. Und sein Vater. Ich bin so glücklich, Joyce ist hier, um uns beide zu helfen. Max, ich... Ich liebe dich, was passieren würde zu Chloe, wenn ich nicht hier wäre. Williame... Ich will nur wissen, dass... Whatever passiert... Ich werde immer hier für Chloe sein. Immer. Ich weiß, dass du, Max. Ich bin mit dir und Joyce wieder ist... ... so... ... Nostalig. ... ... sehr... ... 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